Man geht davon aus, dass man in den USA mit den neuen Werken dann ungefähr ein EBITDA, also ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung von rund 250 Millionen Schweizer Franken pro Jahr generieren kann. Das wäre natürlich dann deutlich besser als das, was man bisher in Europa zustande gebracht hat. Man muss natürlich schauen, denke ich, das sollte man hinzufügen, wie viele Bezugsrechte hat man. Lohnt sich das, die zu verkaufen oder sind die Ordergebühren höher? Wenn diese Kapitalerhöhung jetzt nicht vollklappt, diese 200 Millionen Euro, sagen wir nur 100 Millionen Euro oder 120 Millionen Euro, wie knapp wird es denn dann deiner Einschätzung nach? Hängt dann dieses ganze Konstrukt, die ganze USA-Expansion dann doch am seidenen Faden oder hat Meierburger da deiner Einschätzung nach ein bisschen Luft, auch wenn jetzt nicht das volle Volumen von 200 Millionen Euro Schweizer Franken abgerufen wird? Eine Kursentwicklung von minus 94 Prozent ist es vollkommen unstrittig, dass beim Solarmodulhersteller Meierburger in den vergangenen zwölf Monaten so einiges schiefgelaufen ist. Wir haben die Aktie hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger in den vergangenen Wochen, Monaten bereits intensiv begleitet. Wir hatten Ende Januar das ausführliche Interview mit CEO Gunther Erfurt, 50 Minuten Sparing Deep Dive über die aktuelle Entwicklung und Situation des Unternehmens. Wir hatten vor drei Wochen bereits ein Video mit Blick auf die bevorstehende Kapitalerhöhung und heute sind wir wieder zusammengeschaltet, ein Tag nach der Generalversammlung. Es ist der 19.03.9 Uhr. Mein Name ist Paul Petzlberger und mit mir eingeschaltet ist der SDK-Vorstandsvorsitzende Daniel Bauer, an den ich jetzt auch direkt das Wort übergebe. Daniel, wie ist die aktuelle Situation? Danke, Paul. Erstmal nochmal danke, dass wir nochmal Stellung nehmen dürfen. Ja, die aktuelle Situation ist relativ angespannt, würde ich sagen. Meyer Burger hat mittlerweile die finalen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben. Demnach ist der Umsatz von 147,2 Millionen Schweizer Franken im Vorjahr auf nun 135 Millionen Schweizer Franken gefallen und vor allem der Gesamtverlust, der ist deutlich angestiegen auf nun fast 292 Millionen Schweizer Franken, also mehr Verlust als Umsatz. Das kam daher, dass man hohe Abschreibungen auf Werke in Deutschland und vor allem auch auf Lagerbestände tätigen musste, weil Ende des Jahres hatte man noch Module mit einer Gesamtleistung von 365 Megawatt im Lager und die hat man dann zum Preis zum Jahresende 2023 wertberichtigen müssen, was zu Abschreibungen von über 50 Millionen Schweizer Franken geführt hat. Meyer Burger begründet das mit Marktverzerrungen am Markt in Europa durch die chinesische Konkurrenz. Ich denke, da ist sicherlich was dran. Schaut man einen Blick nach USA, da ist dank politischen Eingriffen wahrscheinlich der Wettbewerb deutlich besser ausgestaltet als hier bei uns. Natürlich darf man auch nicht vergessen, würde man jetzt hier in Europa ähnliche Maßnahmen ergreifen, dann würde das wahrscheinlich zu einer Verzögerung der Energiewende führen, weil dann einfach die Preise für Solarmodule deutlich höher liegen und dann für den einen oder anderen Investition in eine Solaranlage nicht mehr in Frage käme. Das heißt, es ist so ein zweigleisiges Schwert für die Politik. Aktuell ist nicht sichtbar, dass sich in Europa hier was ändern wird. Daher hat Meyer Burger jetzt mittlerweile die Modulproduktion in Deutschland im Standort Freiberg in Sachsen Mitte März eingestellt. Und ja, man will jetzt den Weg nach USA gehen und dort neue Modul- und Zellwerke schaffen und dann den US-Markt bedienen, weil man sich da hohe Gewinne in Zukunft erhofft. Man geht davon aus, dass man in den USA mit den neuen Werken dann ungefähr ein EBITDA, also ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung von rund 250 Millionen Schweizer Franken pro Jahr generieren kann. Das wäre natürlich dann deutlich besser als das, was man bisher in Europa zustande gebracht hat. Und daher jetzt die Kapitalerhöhung, um eben diese Neubauten dann und die Werke zu finanzieren. Du sagst es. Wie schaut es aus? Ja, die Kapitalerhöhung ist zwingend notwendig, um diese US-Zukunftsperspektive zu finanzieren. Wie sehen da die Eckdaten jetzt aus? Wir wissen ja jetzt mittlerweile mehr, gestern war die Generalversammlung. Genau. Herr Burger hat ja angekündigt, ungefähr 200 bis 250 Millionen Schweizer Franken einzusammeln über eine Kapitalerhöhung. Jetzt stehen die Rahmendaten auch fest. Es werden 200 Millionen Schweizer Franken Emissionserlös angestrebt. Das soll erfolgen durch Ausgabe von 20 Milliarden 144 Millionen neuen jungen Aktien, also eine Kapitalerhöhung, die massiv ist. Das Mehrfache vom bestehenden Grundkapital. Der Bezugspreis ist folglich dann ein Rappen, also 0,01 Franken. Das ist der niedrigstmögliche Kurs, der möglich ist nach Schweizer Recht. Das heißt, man geht der All-in. Man hat auch bereits eine Zusage vom größten Aktionär, von der Centis Capital Cell erhalten. Die wollen bis zu 50 Millionen Schweizer Franken zeichnen von der Kapitalerhöhung und dann, was neu ist, der größte Kunde aus den USA, die E-Shore Renewable Investments, planen auch 20 Millionen US-Dollar, also umgerechnet 17,5 Millionen Schweizer Franken zu zeichnen als Backstop-Garantier oder diejenigen, die die Kapitalerhöhung garantieren. Das heißt, sollten die Aktionäre der Maya Burger die Kapitalerhöhung nicht vollständig zeichnen, denn dann würde eben Shore Renewable bis zu 17,5 Millionen Schweizer Franken hier von der Kapitalerhöhung zeichnen am Ende. Und ja, damit kann man sagen, dass ungefähr ein Drittel der Kapitalerhöhung bereits gezeichnet ist. Gut 33 Prozent, fast 34, wenn man noch mit einberechnet, dass auch der Verwaltungsrat und Mitglieder des Verwaltungsrats, die auch Aktien haben, ihre Bezugsrechte wahrnehmen würden. So zumindest wurde das angekündigt mittlerweile. Und ja, jetzt hat dann jeder Aktionär in den nächsten Wochen die Möglichkeit, dann eben für seine Aktien neue, junge Aktien zu zeichnen. Es ist so, dass ungefähr, oder das für fünf Bezugsrechte, also für fünf alte Aktien, hat man das Recht, 28 neue Aktien zu zeichnen. Wer das nicht will, kann dann auch seine Bezugsrechte verkaufen. Es wird ein Bezugsrechtshandel stattfinden und dann eben die Bezugsrechte zu Geld machen, soweit die dann noch im Geld sind. Das muss man abwarten, wie sich jetzt der Börsenkurs in den nächsten Wochen entwickeln wird. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir haben das hier mal visualisiert. Also heute, 19.03. ist der Stichtag. Wer heute Abend nach Börsenschluss Aktien von Mayer Burger im Depot hat, der bekommt dann morgen automatisch die Bezugsrechte eingebucht. Soweit die Theorie. Jetzt schon an der Stelle und jetzt gleich noch ein paar Mal. Falls das nicht so passiert, hakt bitte bei euren Depotbanken nach. Also in der Vergangenheit hat sich das schon gezeigt, dass bei Kapitalerhöhungen gerade hier so Schweiz, Deutschland die Anleger doch wirklich auch aktiv werden müssen. Aber in der Theorie sollten morgen eben die Bezugsrechte automatisch eingebucht werden. Und dann beginnt sowohl der Bezugsrechtshandel bis zum 26.03. als auch eben die Bezugsfrist etwas länger bis zum 2.04. Und hier eben ganz wichtig, wenn ihr nicht teilnehmen wollt, also wenn ihr sie nicht ausüben wollt, die Bezugsrechte, dann müsst ihr sie oder solltet ihr sie verkaufen. Weil ansonsten verfallen sie wertlos. Also ganz, ganz wichtig, diese zwei Fristen zu beachten. Einmal hier der Ende des Bezugsrechtshandels bis zum 26.03. Wenn ihr nicht aktiv werden wollt, dann müsst ihr auch aktiv werden, nämlich die Bezugsrechte verkaufen. Ansonsten eben dieses ganz große Datum, der 2.04., wobei hier auch wieder in der Theorie die Depotbanken, und das kommt auch oft vor, können diese Frist verkürzen. Weil sie sagen, wir brauchen halt ein, zwei Werktage, um das Ganze zu bearbeiten. Also ganz wichtig, schaut in euer Online-Postfach, was genau stellt euch eure Depotbank zusammen mit den Bezugsrechten ein. In der Theorie eben, 2.04. ab 12 Uhr geschieht dann die Umplatzierung, die vermutlich dann auch in größerem Maße stattfinden wird, von den Bezugsrechten, die nicht ausgeübt wurden. 3.04. wissen wir mehr. 4.04. Eintragung der Kapitalerhöhung. Und 5.04. sollten dann die neuen Aktien bereits geliefert werden und auch handelbar sein. Daniel, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich denke, das Wichtigste ist dabei. Man muss natürlich schauen, denke ich, oder das sollte man hinzufügen, wie viele Bezugsrechte hat man. Lohnt sich das, die zu verkaufen oder sind die Ordergebühren höher und ist überhaupt ein Handel möglich? Weil nicht jede Depotbank kann in der SEX, also in der Swiss Exchange, handeln. Da muss man dann im Zweifel mit der Depotbank sprechen. Manche Depotbanken bieten es auch an, dass sie, wenn man die Bezugsrechte nicht wahrnimmt, und dass sie dann die Bezugsrechte automatisch bestens am Markt veräußern. Die Consuls macht das zum Beispiel immer relativ automatisch. Da muss man halt mit der Depotbank in Kontakt treten und fragen, wie es ist, wie der Service ist und ob ein Handel, Verkauf etc. möglich ist. Und natürlich, wer mehr zukaufen will, kann natürlich auch Bezugsrechte erwerben und dann die Bezugsrechte auch ausüben. Und das kann man auch sagen, hatten wir auch schon Anfragen. Diejenigen, die eben dann ihren Bestand deutlich erweitern wollen prozentual, die können auch die Bezugsrechte natürlich erwerben und dann ausüben entsprechen. Und da kommt dann mitunter auch mal der Service der Depotbank ins Spiel, weil die Frage ist natürlich, umso knapper ich diese Bezugsrechte noch erkaufe, umso mehr sind sie ja dann auch schon wertlos. Aber da ist eben auch ganz wichtig, wickelt eure Depotbank das Ganze noch ab. Also ich bin bei Comdirect, da habe ich sehr positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Also die haben mir da oft schon bei Kapitalerhöhungen, wirklich konnte ich die noch über die Börse fast zu null Euro für einen Cent noch kaufen. Und dann hat die Comdirect aber mit viel Telefonaten von meiner Seite aus das noch abgewickelt. Aber wie gesagt, ganz wichtig, da kommt es auch wieder auf den Service der Depotbanken an. Und da müsst ihr dann auch aktiv werden, oft den Hörer in die Hand geben, wenn es überhaupt möglich ist. Also auch jetzt und wie jetzt gleich auch noch natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Es ist sehr komplex, so eine Kapitalerhöhung. Wir hoffen es hier ein bisschen aufzuzeigen, aber es gibt viele Erwägungen. Also schaut, in welchem Umfang und ob ihr das dann auch so bewerkstelligen könnt. Daniel, nochmal ganz kurz zur Kapitalerhöhung. Man ist mit dem Volumen, Emissionsvolumen ein wenig runtergegangen. Also erst hieß es bis zu 250 Millionen Schweizer Franken. Jetzt sind es bis zu 200 Millionen Schweizer Franken. Siehst du das als ein Zeichen der Stärke, dass Mayer-Burger möglicherweise gar nicht so viel Geld braucht? Oder siehst du das eher als ein Zeichen der Schwäche, dass Mayer-Burger vielleicht im Vorfeld schon gemerkt hat, könnte ein bisschen happig werden? Oh, ich denke, das ist schwierig einzuschätzen. Jetzt natürlich, ich gehe davon aus, dass man die 200 Millionen bereits in petto haben sollte. Zumindest für einen Cent. Diejenigen, die ja, oder wenn die Kapitalerhöhung am Ende der Bezugsfrist nicht voll gezeichnet worden sein sollte, dann ist es ja möglich, im Weg einer Privatplatzierung für einen Cent oder für einen Troppen, die Aktien an Investoren zu veräußern, die auch bisher noch keine Aktionäre sind. Das heißt, die zahlen keinen Bezugspreis quasi, müssen keine Bezugsrechte erwerben. Also alle Bezugsrechte nicht ausgeübt werden. Da können dann die Aktien quasi an die jungen Aktien an Neuinvestoren im Wege der Privatplatzierung platziert werden. Und ich denke, für einen Rappen findet man immer einen Investor, weil im Endeffekt ist das dann wie ein Start-up, in das ich investiere. Mit dem Vorteil eben, dass hier bereits Know-how vorhanden ist und Erfahrung vorhanden ist. Und ich gehe davon aus, dass man die Kapitalerhöhung sicherlich voll bekommen wird, dass man die 200 Millionen Schweizer Franken erhalten wird. Das glaube ich schon. Ob es ein Zeichen der Stärke ist, weiß ich nicht. Man hätte wahrscheinlich auch mehr genommen, wenn man mehr hätte bekommen können. Man darf aber nicht vergessen, dass die Kapitalerhöhung auch nur ein Bestandteil ist. Von der Gesamt- und Finanzierungsstrategie ist ja angekündigt worden, dass man noch sogenannten Advanced Manufacturing Production Tax Credit bekommen oder einwerben will. Da ist man wohl auch in Verhandlungen mit einer Bank, die da 300 Millionen US-Dollar für sechs Jahre Kredit gewähren würde, der eben dann mit diesen Steuergutschriften über die Jahre wieder zurückgezahlt werden soll. Und man hat wohl, oder ist relativ weit mit der Exportfinanzierung der Bundesregierung, das hat die Regierung ja auch schon bestätigt, wo man nochmal 95 Millionen US-Dollar wohl genehmigt bekommen hat. Das heißt, diese 50 Millionen, das ist jetzt zwar bei der Kapitalerhöhung relativ bedeutend, aber insgesamt von der Investitionsfakete her ist es nicht so bedeutend, denke ich. Daher wahrscheinlich eher aus Sicht von Mayer-Burger, wahrscheinlich eher ein Zeichen der Stärke, weil man wohl davon ausgehen kann, dass man die 200 Millionen bekommen wird. Aber natürlich hätte man mehr bekommen, sicher, dann hätten die wahrscheinlich auch 250 oder 300 Millionen eher genommen, weil es natürlich die Lage, die finanzielle Lage deutlich entspannt hätte, weil man hat es ja veröffentlicht, die Liquidität hat im letzten Jahr deutlich gelitten. Also die ist unter 100 Millionen gegangen zum aktuellen Standpunkt, zum Ende Februar war es, haben sie es bekannt gegeben. Hätte man wahrscheinlich jede Million mehr gerne genommen, aber ich gehe mal davon aus, dass es aus Sicht von Mayer-Burger eher ein Zeichen der Stärke ist, weil eben die 50 Millionen Gesamtfinanzierungspakete nicht so viel ausmachen, weil eben auch Fremdkapital dazukommt. Und man die 200 Millionen, gehe ich davon aus, mal schon sich relativ sicher sein kann, dass die auch dann fließen wird. Du hast es gesagt, die Kapitalerhöhung ist nur ein Part dieser ganz großen Finanzierungskonstrukt. Wie ist so ein bisschen dein Gefühl? Also Mayer-Burger sagt ja bei diesen anderen, dass sie da gut vorankommen. Sie haben da ein unverbindliches Termsheet bei dieser 45X-Finanzierung, 300 Millionen US-Dollar-Laufzeit, sechs Jahre. Bundesregierung hat diese Exportgarantie genehmigt und man ist da mit dem US-Energieministerium weiter in Verhandlungen. Man sagt aber halt ganz klar, man fährt die Solarzellenproduktion in den USA erst hoch, wenn ausreichend finanziert ist. Und da ist ja der Stichtag oder was im Raum steht 2025. Darum nochmal so dein Gefühl, wenn diese Kapitalerhöhung jetzt nicht vollklappt, diese 200 Millionen Euro, sagen wir nur 100 Millionen Euro oder 120 Millionen Euro, wie knapp wird es denn dann deiner Einschätzung nach? Hängt dann dieses ganze Konstrukt, die ganze USA-Expansion dann doch am seidenen Faden oder hat Mayer-Burger da deiner Einschätzung nach ein bisschen Luft, auch wenn jetzt nicht das volle Volumen von 200 Millionen Euro Schweizer Franken abgerufen wird? Ja, es glaube ich kommt darauf an. Also ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass die 200 Millionen Schweizer Franken kommen werden, dass man die erhalten wird. Wenn es jetzt bei 199 Millionen Euro landet, dann ist es kein Problem. Wenn es nur bei 100 Millionen Euro landet, dann könnte es vielleicht von der Finanzierung her und vom Vorgehen her noch klappen. Aber ich glaube dann eher, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ganze Projekt scheitert, weil dann eben das Vertrauen verspielt wurde. Und natürlich sollen auch die US-Behörden sich das anschauen, wenn es hier um Darlehen geht etc. und auch die Kunden werden dann natürlich darauf schauen, was Mayer-Burger hier macht und werden sich wahrscheinlich eher andere Zulieferer suchen. Das heißt, sollte es wirklich komplett scheitern und man nur noch wenige Millionen einsammeln kann, wovon ich nicht ausgehe, dann wäre es ein Problem. Aber ich glaube, das wird klappen. Und natürlich ist alles andere, kommt natürlich auch einem eher vor, als würde es langsam vorangehen. Aber ich denke, das ist normal. Also wenn man sich andere Förderungen in Deutschland anschaut, in der EU etc. ist immer viel Papierkram. Das ist auch in den USA nicht anders. Sehr komplex. Man muss immer, ist auch angewiesen auf die Behörden mit den Genehmigungen etc. Das heißt, ich denke, da kommt man im Rahmen des Normalen voran. Und ich gehe auch davon aus, dass das klappen wird. Ob es dann am Ende für Mayer-Burger gut ausgehen wird, das wird man sehen. USA ist sicherlich ein interessanter Markt. Chancen hat man da. Aber wir haben auch Wahlen im November 2024 wieder. Donald Trump hat jetzt erst vor kurzem wieder auf einer Veranstaltung seinen schönen Spruch Drill, Baby Drill gebracht. Also er wird wohl eher wieder auf die fossilen Energien setzen. Und dann kann es natürlich in den USA das Umfeld ganz anders wieder ausschauen. Da muss man mal abwarten. Das ist völlig unklar, wie es da dann weitergeht aus meiner Sicht. Vor allem auch, wie er mit China umgeht. Trump ist auch kein China-Freund. Das kommt auch dazu. Das wird man abwarten müssen. Aber es gibt Chancen, es gibt Risiken. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, im letzten Video schon erwähnt. Hat so ein bisschen den Charakter eines Startups mittlerweile wieder. Da will halt ein Schweizer Unternehmen hier in den USA groß rauskommen. Nachdem man in Europa auch marktbedingt nicht erfolgreich war. Ob das klappen wird, wird man sehen. Interessant ist es, aber hat natürlich auch große Risiken. Das muss jedem klar sein. Und die Kapitalerhöhung mit ihren Eckdaten hat das, denke ich, jetzt auch nochmal unterstrichen. Den Startup-Charakter, auch dass man alles abgeschrieben hat. In Deutschland, Produktion etc. untermauert, denke ich, nochmal dieses Statement-Startup-Charakter, auch was die Finanzierung angeht. Genau. Das war es. Wir hoffen, euch bringt das Video etwas. Es ist, wie gesagt, frühmorgens, relativ frühmorgens. Wir haben uns hier um 8.30 Uhr am 19.03. eingeschaltet. Wir werden jetzt schauen, dass wir es sehr schnell bearbeitet bekommen, das Video. Wenn es euch etwas hilft, wenn ihr sagt, ihr wollt einfach die Arbeit honorieren, dann ganz, ganz große Bitte, liked das Video, abonniert unseren Kanal und lasst einen Kommentar da. Nein, nicht nur einen, sondern zwei, drei. Also unterstützt uns wirklich, dass auch die Arbeit sich auszahlt, dass wir auch das Feedback bekommen. Nämlich nur, wenn wir das Feedback bekommen, klar, können wir dann auch weitere Mayer-Burger-Videos in den kommenden Wochen, Monaten machen. Also bitte, bitte unterstützt uns. Daniel, vielen Dank für deine schnelle Einschätzung heute. Danke, Karl. Ja, das war Mayer-Burger 3.0 hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Unser drittes Video innerhalb kürzester Zeit. Schaut bei den anderen Videos vorbei. Hier nochmal ganz besonders ans Herz gelegt, das lange ausführliche Interview mit CEO Gunther Erfurt. Warum ist die Situation bei Mayer-Burg überhaupt so, wie sie ist? Das erfahrt ihr in dem Video. Und wenn ihr unseren Kanal jetzt noch nicht abonniert habt, dann los, es kostet nichts. Ein Klick, vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.